Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Allmöglichen Scheiß. Wir haben uns was Neues ausgedacht und das Spiel nennt sich Film Quiz. Wir werden eine berühmte Szene von irgendwelchen Filmen nachspielen und ihr müsst erraten, um welchen Film es sich dabei handelt. Und heute zu Gast Andi, mal wieder, hey, was ganz Neues. Ja, und wenn ihr wisst, um welchen Film es sich handelt, schreibt es hier im Film unter dem Video als Kommentar. Oder bei Facebook, ich werde es da auch nochmal hochladen, den Link. Schreibt es da ins Kommentar. Und ich würde mal sagen, wir fangen an. Ja, los geht's. Okay. Spiel mal einen Double Time Swing. Das ist nicht mein Tempo. 5, 6, 7, 8 Das ist nicht mein Tempo. 5, 6, 7, 8 Weißt du, warum ich den Stöder geworfen hab? Nein. 5, 7, 8 10 20 23